Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nuturka aufs Brot und wir spielen hier wieder mal mit dem guten Kinsi Skysolighted. Du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist, da platzen sie gerade in meine Aufnahme rein. Wollt ihr mal Hallo sagen, wo ihr sowieso schon reingeplatzt seid? Ja. Nee, auf YouTube. Ups. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ja, hallo erstmal an alle. Wenn du kommst, kannst du eigentlich direkt Heier machen. Ja, ich muss sowieso. Was muss ich? Erde holen. Erde machen. Geh erstmal bitte Heier machen. Ich stehe hier und bin mein Blut am Opfern. Ich stehe hier und bin mein Blut am Opfern auf einer Plattform, wo theoretisch noch Monster spawnen können. Und das kann theoretisch ins Auge gehen. Okay, okay, okay. Ich... Oh, Mutzi schlägt auch. Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin am Pennen. So, was wollte ich jetzt? Erde machen. Äh... 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 Hallo? Gießkanne, mehr brauche ich nicht. Oh, da ist ein Zombie. So, gleich platzen sie nochmal rein, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Töte den Zombie. Ja. Oh, ne, wir haben schon unclaimed geworden, tiptop. Sehr gut, 25 Oakwood. Die brauche ich auch, die kann ich gleich mitnehmen. Willst du mein Herz mitnehmen? Oh, ja. Hier, oder wenn du die auf... äh, die Quest erfüllst, kannst du direkt das Herz gerade craften und es, ja, einlösen. Okay, ähm, Questbook da... so... Dann kannst du ja Mutzi auch mal schreiben, wie viel Leben wir haben. Ich hab nämlich keine Ahnung. Two unclaimed rewards. Einmal kill zombies, claim reward. Und dann haben wir noch the pastoral life, okay. Ne, haben wir noch gar nicht. Äh, oh. Hier, das expanding the farms können wir auch machen. Ah, ich brauche da die nächsten. Mh, okay. Äh, expanding the farms können wir machen. Ja, können wir, können wir den, ähm, reward nehmen. So, und dann brauchen wir noch ein Moving Power. Da brauchen wir ein Rednet Energy Cable. Ein hardened Energy Conduit. Der ist ja jetzt auch kein Problem mehr. Wir können ja... Wir können ja ruhig hardened Energy Conduits machen. Conduit. Ich kann den reward nicht claimen. Warum nicht? Ähm, expanding the farms? Hab ich aber fertig. Ja, aber ich kann's nicht... Mach mal Manual Detect. Nee, 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 der hat das schon. Nur ich kann auf die Reward klicken und das war's dann. Warte mal, ich geb dir mal meinen Sledgehammer und du holst dir... Ah, ist okay. Ich, äh, glaub mein Inventar ist voll. Ach so. Jetzt hast du trotzdem meinen Sledgehammer. Ja, aber... Einen Platz hättest du noch haben müssen. Ja, aber das langt ja nicht. Es gibt dir einen Reward-Bag dafür und noch anderes Zeug, also... Das reißt ja, hinterfahre dich. Ja, mein... Vor allem hin. Vor allem hin. So, drei und Consum. Oh, wir haben... Oh, krass, Alter. Alter! Alter, krass, äh... Krass, äh... Jetzt, jetzt, jetzt kann ich. Ja, jetzt geht's sehr schnell. Wie viel... Wie viel Leben haben wir? Hast geguckt? Lese Chat. Okay. Wir haben jetzt nur noch 22 Leben, Mann. Die haben wahrscheinlich noch mehr. Wenn sie schon so fragen. Okay. Blood Orb. Ich muss einen neuen Blood Orb herstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel die haben. Ich hab letztens eine Folge von denen mal geguckt. Ich guck natürlich jede Folge, ist ja klar. Ähm... Ein Emerald. Aber ich weiß nicht, wie viel Leben sie haben. So, ich wollte Erde produzieren. Oh, was hab ich denn da? Noch ein Quarter Heart. Quarter Heart. Quarter Heart. Quarter Heart. Jetzt muss ich schon wieder leben. Geht's noch? Ich hab einen Book bekommen. 5000. Oh, ich hab einen Greater Reward Bag. Drück mir die Daumen. Drück. Ah, Sword of Splendoring. Na, ganz geil. Und ein Buch mit Fortune 3. Ey, das ist nicht schlecht. Ich hab auch einen Greater Reward Bag. Wenn wir jetzt einen Anvil haben, könnte ich mir irgendwas mit Fortune 3 verzaubern. Das mach ich aber dann auf eine Tinkers Waffe. Okay. War Hammer. Das packe ich mal in die Crafting Kiste. Wenn du es dann benutzen möchtest, darfst du auch gerne. Wenn es denn einen sinnvollen Zweck erfüllt. Ja klar, ich mach doch nur sinnvolle Sachen. Mhm. So, was haben wir denn jetzt an? Oh, wir haben wieder 55 Oak Saplings. Ich bin in einem Baum. Aber wie neugierig sie fragen und dann gar nicht schreiben, wie viel sie selber haben. Und ja, genau. Ja, genau. Zwei. Was? Jetzt verarschen sie uns aber. Ja, die verarschen uns. Die wollen, dass wir den Leben geben. Wetten. Ja, die verarschen uns einfach gern. Ja, glaub ich auch. Ja, das machen sie immer. Äh, flutsch. Farinett. Trägst du schon wieder die Herzen mit dir rum? Kann das sein? Nur ein Quarter Heart. Ja, warum? Uns fehlt nur ein Quarter Heart für ein Leben. Ja, ist okay. Jetzt bist du lebengeil, ne? Nö, aber du bist das letzte Mal mit Herzen im Inventar runtergefallen. Das war sehr, sehr unklebbar. Ich weiß. Aber, ja, ich weiß. Ich war auch gerade am Rand am Arbeiten. Das war ein bisschen doof. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Deswegen werde ich jetzt direkt... Was ist das denn? Ach, wir haben schon verzauberte Bücher. Ja. Mit Effizienz und Unbreaking praktisch. Boah, jetzt mal, wenn ich hier durchgehe, sammle ich irgendwelche Kack-Sapplings ein, ey. Das möchte ich nicht. Ja, pack sie gleich in den Inventar. Haben wir nicht noch eine... Haben sie jetzt was zurückgeschrieben? Zwei. Ah ja. Ernsthaft? Sibling uns. Schon wieder ein Sibling. Ja, das ist wohl durch Alphabäume, ne? Ne, das ist gar nicht durch Alphabäume. Das ist auch durch die anderen Bäume, die da drüber hinweg wachsen. Ocean of Regeneration. Ja. Aber der Harvester sammelt die theoretisch auch ein. Der müsste sie eigentlich einsammeln. Der hat zumindest die Reichweite, um sie einzusammeln. Hm. Hm. Jetzt sind sie weg. War wohl eine etwas intime Frage. Ja, ich glaube auch. Wie viele Herzen hast du? Ist das ein Team? Ja gut, es ist eine Frage nach dem Innersten, ne? Wie viele Herzen man hat. Eklavt. Egal. Ich opfer mich für das Team. Komm, ich gebe auch mal ein bisschen Blut dazu. Wie mache ich das? Ne, das geht nicht. Da musst du dir ein Opfer... Wie heißt das? Opfer-Orb herstellen. Hm. Ne. Hab ich nicht. Hab ich nicht, Mogi nicht. Hab ich nicht. Willst du einen vergoldeten Apfel? Nö. Warum hast denn du einen vergoldeten Apfel? Ich kann einen machen. Äh. Alles gut. Oh, wer ist auch endlich fertig. Mann, das dauert ja ewig nicht. So, komm ich da ran? Drei Erde. Das könnte ein bisschen schneller gehen. Hat das Huhn immer noch kein Ei gelegt? Der Harvester ist wieder verbackt, oder was? Der Harvester ist richtig verbackt. Oder schneidet... Oder schneidet... Ne, er schneidet jetzt heute mal zuerst die Blätter und dann schneidet er die Hölzer, oder was? Ja. Hat er gemacht. Zuerst die Blätter, dann die Hölzer. Sonst macht das doch immer anders, oder? Ja, hat er jetzt ausnahmsweise mal so gemacht. Komiklich. Planter aus, Planter an, Planter, läuft noch, 48 Saplings, alles da. Und ich gieße den ganzen Tag, damit ich Erde farmen kann. Nein, weil ich Erde farmen mag. Okay, dann halt so. Sonst reimt es sich doch gar nicht. Stimmt. Boah, wie lang dauert das hier denn? Willst du jetzt einen Squid machen? Ja. Und ich wollte eigentlich, naja, ich wollte auch die Plattform fertig kriegen, aber ich gucke mal, was noch so zu tun ist. Ja, Energy, Moving Power. Wir brauchen Hardened Energy Conduits. Da weiß ich, dass ich da gekräuselten, pulverisierten Obsidian brauche. Sag mal, wo hast du denn den Obsidian gelassen? Äh, hab keinen mehr. Wie, du hast keinen mehr? Ja, hab keinen mehr. Brauchst du Eimer? Ich hab einen Eimer, das müsste... Kann ja zwei geben. Man muss nicht so auf den und her laufen. Habe ich den Nether Rack jetzt nicht mehr eingesammelt? Ich hoffe, der liegt da noch. Irgendwie klappt das hier so nicht. Der liegt da bestimmt nicht mehr. Muss ich das so vielleicht machen? Haben wir hier jetzt noch einen neuen Nether Rack? Scheibenmonig. Bitte? Scheibenmonig. Sag mir noch nicht. Wir haben auch ein Mycelium. Wieso arbeitet denn der Sludge Boiler nicht? Oh, wie banal. Wie banal. Was hast du wieder gemacht? Nichts, schon gut. Ich sag dir das jetzt nicht. Okay. Oh, ich bin vergiftet. Oh. Ah, das ist vergiftet. Vergiftet. Dann heißt es jetzt warten, bis die Maschinen wieder gearbeitet haben. Du, 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 du. Man kann nicht das erst weitermachen. So, gut. Ähm, Obsidian. Ja, wie viel Lava haben wir denn jetzt? Wir haben ja gar keine Lava, ne? Äh, doch. Wo denn? Im, im Seals Tank. Schmelze? Schmelze, ja, stimmt. Da kannst du dir eigentlich ziemlich viel rausholen. Mhm. Machen wir mal den Reward Bag auf. Der ist nämlich auch great da. Und ab dafür. Oh nein. Ich hab schon wieder alle möglichen... Quatsch. Wieso mach ich das denn so? ... wieder alle möglichen Glassorten bekommen. Wie viel Obsidian brauche ich denn wohl? Der liegt ja noch. Wir können unseren ganzen Turm aus Glas bauen. Hm. Das finde ich toll. Oh, es wird dunkel. Warte mal, ist das keine unendliche Quelle mehr hier? Was denn? Au. Hier. Ach, wir haben ja hier Wasser. Was mache ich denn hier? Ja. Ja. Das frage ich mich auch oft. Bok, bok, bok. Oh, ein Ei. Juhu. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Was war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Das Ei, aus dem das Huhn geschlüpftet ist. Fertig, klar. Boing. Und wir haben das zweite Huhn. Sehr gut. Yeah. Na, dann lass die Liebe machen. Ja, das ist ja noch ein kleines Kinzi. Ach, das kann ich doch nicht ahnen. Ja, meinst du, es schlüpft ein großes Huhn aus dem Ding da, Bums da? Ja, hab ich jetzt gedacht. Ach so. Na, soll ich, soll ich es gießen kommen? Nö, nö, schon gut. Okay. So, ah, fehlt noch einmal Wasser. Mein. Alter. So, jetzt kann ich mir drei Obsidian machen. Hä, zw 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 zw. Da muss ich aber aufpassen, dass ich da auch nur drei Obsidian mache. Ne? So. Und ich. Du kannst, während er den dritten macht, kannst du auch schon, äh, umstellen wieder. Dann macht er den noch fertig und startet danach mit dem Rest. Sir, ja, Sir. Nö, ich sag's ja nur mal. So, jetzt mach ich den Pulverizer leer. Ach Quatsch, ich geh direkt an den Pulverizer, ganz einfach. Und pulverisiere mir mein Obsidian. Das dauert bestimmt eine ganze... Das geht ja voll schnell. Krass. So, wo geht denn das nochmal hin? Wo geht denn das nochmal ran? Das geht hier unten in die Piste, alles klar. Äh, was? Pulverized Obsidian, alles klar. Da kann ich mir gleich Hardened Glass von machen. Dafür musst du das pulverisieren? Nein, nicht. Er reicht. Ja, er reicht. Ja, 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 soweit ich weiß, ja. Warte mal, ich, ich, jetzt hast du mich verunsichert. Ich lass mich so leicht verunsichern. Ja, mit Obsidian kenn ich mich nicht so aus. Wir würden Hardened... Ach, das war sogar schon richtig. Thermal Expansion. Ach, dafür brauch ich ein Induktionsschmelze. Oder kann ich das auch anders herstellen? Nee, Induktion. Da brauch ich Pulverized Obsidian und Pulverized Lead für. Oder halt Lead Ingenots. Ingenots? Je nachdem, was man will. Aber Pulverized Lead ist natürlich billiger. Weil du brauchst entweder einen ganzen Ingenot oder Pulverized Lead. Nee, das ist das gleiche, ne? Äh, keine Ahnung. Ich glaub, man kriegt nur einen Pulverized aus einem Lead Ingenot. Ähm... Aber ich brauch ja Induktionsschmelze. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Müssen wir die nicht sowieso machen? Momentan mal noch nicht, aber... Jo, wenn du's brauchst, dann... Ja, brauch ich für die Quelle. Geht das nicht anders? Also, mir sagt... Ich kann ja mal auf... ...U klicken. Hardened Glass. Nee, kann ich gar nicht, oder was? Irind Essence. 4700 LP. Zeigt er mir was anderes an, wenn ich da jetzt U drück? Kann ich gar nicht. Wenn ich da Enter drück und dann auf U drück. Nee, ich kann das auch aus Reactor Casing. Big Reactors. Nein, ich brauch das für Reactor Casing. Ach so. So, jetzt ist der voll. Ja, ich kann das nur in Induktionsschmelze machen, anscheinend. Geht das vielleicht auch in der Schmelze? Aber das würde er mir ja sagen, ne? Normalerweise ja. Na gut, dann baue ich mir eine Induktionsschmelze. So schwer ist das doch nicht. Ich gucke mal ganz kurz. Was willst du denn machen? Pulverized. Hardened Glass. Hardened Glass geht auf jeden Fall, oder? Wofür willst du denn Hardened Glass machen? Brauchen wir ja für... Hardened Energy Conduits, meine ich. Und die brauchen wir? Für eine Quest. Ah, okay. Ja, dann? Ja, geht nur über einen Induktionsschmelze. Also ich abkomme halt einmal. Ich brauche einen Machine Frame. Ich habe noch Redstone Reception Coil. Copper Inva Ignots. Weißt du zufällig, ob wir noch Inva? Ignots haben. Ne. Dann gehe ich gucken. Okay. Tin, Aluminium, Alumin... Ich ordne hier nochmal erstmal. Hä? Wieso ist da ein einzelner... Achso, der ist einmal von Tinkers Construct und einmal von Ex-Ni-Hilo ein Ingenaut. Deswegen stapelt er die nicht. Na gut. Lied, 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 Lied. Sing mir ein Lied. Ich sing dir ein Schloss. Oh, ne, geht anders. Das ist Tinkers, was? Alloy Ingenaut? Okay. Brauche ich nicht. Ich brauche Copper. Copper kann ich mir schon mal rausnehmen. Copper. Copper Cabana. Ich habe ein Boot übrigens, ne? Das kommt gleich als Deko in... Mit Feather Falling? Ne, leider nicht. Ich gucke mal in die Schmelze noch. Erst gucke ich, weil der Wink kürzer ist. Hier rein. Warte mal, wie stellte man das nochmal her? Zinn und Eisen, ne? Ist das richtig? Was? Was willst du herstellen? Zinn und Eisen stellt mal ein Lied draus her, ne? Äh, äh, Inva. Äh, war das nicht Nickel und Eisen? Ja, du hast absolut recht. Ich nehme ein Stack Nickel. Ich nehme mir ein Stack Nickel. Warum guckst du nicht in Not Enough Items? Ey, ich verstehe es nicht. Weil ich gerade keinen Bar... Eisen. Blutsch! Ob das reicht? Ich brauche ja nur zwei. Ah, wird wohl reichen. Hallo, Kind. Nickel. Zip. Ein. Hallöchen, Nutoka. Wie geht es dir heute? Ich bin ein bisschen doof. Ja, das wusste ich doch schon. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ach so. Nein. Zufällig bin ich staatlich ausgebildeter Betreuer. Doofkopf. Doofkopf, Betreuer. Oh, ey, ich bin mich hier am Blödopfern. Oh, mein Hammer, da ist mein Hammer. Ich habe immer noch Tomaten im Inventar seit, glaube ich, drei Folgen. Kommt ihr Blutspenden? Wie viel fehlt mir denn noch? Oh, jetzt habe ich erst 3600. Noch 5000 Liter. Hast du eigentlich einen Blick auf die Zeit? Ja, klar, wir sind bei 19 Minuten. Ah, schaffe ich ja heute gerade vielleicht nochmal den einzelnen Broken Iron packe ich mit hier rein, ey. Reicht's, reicht's? Broken Iron. Molden Tin. Molden Lead. Blood. Oh, wir haben ja sogar Blood da drin. Sag mal, kannst du das Blut, was du in dem Ding sammelst, auch in die Schmelze packen? Ähm, das weiß ich nicht genau. Irgendwie müsste das auch gehen. Jetzt habe ich ja noch gar nicht zusammengefügt wieder. Crushed Iron Ore und da wird ja Sand draus, oder? Ich bin übrigens mal auf die Reaktionen gespannt, wenn Brainiac und Schneckball erfahren, dass sie für ein Quest nochmal ins Nether müssen. Sag mal, die Schmelze ist die irgendwann auch voll, nee, oder? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall geht der Ultra viel rein. Ich hole mal das Elektrum gerade vorher raus, bevor der da... Ach, Scheibenhonig, da habe ich jetzt meinen Hammer reingelegt. Okay, so. Geht nicht mit dem? Okay, geht mit dem. Ähm, Nickel ist drin, jetzt noch 5 Iron Ore. So, dann machen wir nochmal Elektrum-Ignotz und Elektrum... Ah, schnell, na, schnell, na. Blöcke. Juhu! Mein Lehrlings-Blut-Orb ist fertig. Dann machen wir doch mal hier jetzt, yoinki, yoinki. Klappt das jetzt? Ja, es klappt. Ich hoffe, das verbindet sich nicht mit irgendwas anderem jetzt. Dann kriege ich kein Lied. Ich bin BB und Cassie ist Tina. Oh, ich habe den Casting-Table weggenommen. Wo ist der? Wo ist... Oh, wir sind schon bei 21 Minuten. Wo ist der? Aha, okay. Klar. Fünd weg. Casting-Table raus. Da, da, da. Inventar wieder voll. Und jetzt... Oh, das dauert ja ewig. Molden Nickel. Wo ist das Iron? Ach, das Iron hat sich wieder mit irgendwas verbunden, oder was? Hm. Jetzt habe ich hier Molden Inva, aber ich weiß nicht, wie viel. Ja, dann kannst du ja dann einen Block oder Ingots draus gießen. Ist doch alles gut. Warte mal, habe ich jetzt einen Inva-Block bekommen? Oder war das immer noch ein Elektrumblock? Lala, das dauert ewig. Da. Machen wir Zeit. Oh, Mann. Inva. Inva, Inva, Inva. Ich brauche Inva. Inva. Böööööö. Ah, jetzt hat er. 15 Inva. Alles klar, ich mache meinen Block. Und Ignaz. Mein Block. Meine Homie ist mein Block. Habe ich überhaupt noch Platz? Nein, habe ich natürlich nicht. Was kann ich denn wegschmeißen? Kohle, Holz, weg damit. Weg. 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 Ah, Kobbel, weg. Weg. Platz. Oh, es wird dunkel. Wir müssen ins Bett gehen. Und ich muss abmoderieren. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich laufe gerade wie in Flairage Project ins Haus, weil ich Angst habe. So, schnelle Tür zu. Okay, sie wird draußen bleiben. Ja, 30, 20 Sekunden noch. Das heißt, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten finde ich euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen, ciao, macht's gut. Tschüssi, tschüss.